Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute ein Gedicht dabei, das wir in Bewegung umsetzen wollen. Und zuerst möchten Bern und ich unsere Gäste begrüßen. Das sind nämlich Mathis und Luisa. Vielleicht kann einer von euch ganz kurz erzählen, worum es in dem Gedicht überhaupt geht. In dem Gedicht geht es darum, dass fünf Patienten im Wartezimmer warten. Der letzte hat sehr Angst vor dem Doktor. Der Anfang des Gedichtes geht folgendermaßen. Tür auf. Das ist die Tür zum Arztzimmer. Einer raus. Ein Patient, der schon behandelt ist, kommt aus dem Arztzimmer raus. Einer rein. Ein neuer Patient betritt das Arztzimmer. Und dazu zeigt euch Bernd jetzt die Bewegungen. Und die Bewegung ist, wir stellen uns dabei bei Türe auf, stellen wir uns eine Schiebetüre vor. Und diese Schiebetüre geht natürlich zur Seite auf, deswegen Tür auf. Dann derjenige, der raus geht, der macht einen Schritt nach draußen. Einer raus. Und derjenige, der reingeht, der geht rein, der macht einen Schritt. Einer rein. Und das Ganze machen wir jetzt mit Musik. Eins, zwei, eins. Das war jetzt schon richtig gut. Das kommt aber im Gedicht mehrmals vor und darum üben wir das nochmal. Eins, zwei, eins. Und wenn im Wartezimmer ja einer ins Behandlungszimmer gegangen ist, können ja im Wartezimmer alle einen Platz aufrücken. Und das machen wir mit einem kleinen Sprung. Und jetzt das Ganze bis zum Sprung mit Musik. Eins, zwei, eins. Das Gleiche noch einmal. Eins, zwei, eins. Und ihr erinnert euch sicher, der fünfte Patient hatte ein bisschen Angst vor dem Arzt. Der ist jetzt eine Position nach vorne gerutscht und ist jetzt der vierte, bevor er ins Arztzimmer hereinkommt. Wenn wir dann sagen, vierter sein, stampfen wir viermal mit den Füßen auf. Eins, zwei, drei, vier. In einer nächsten Strophe geht wieder einer raus, geht wieder einer rein. Ist er der dritte, dann sagen wir dritter sein. Eins, zwei, drei. Und wieder geht die Tür auf, es geht einer raus, es kommt ein neuer rein. Und jetzt ist er auf der zweiten Position. Zweiter sein. Eins, zwei. Und vor jeder Strophe kommt noch mit der rechten Hand ein Schnipser. Und jetzt machen wir die ersten drei Strophen von vorne mit Musik. Eins, zwei, eins. Tür auf, einer raus, einer rein. Zweiter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Zweiter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Zweiter sein. in der vierten strophe heißt es nicht wie man erwarten würde erster sein sondern nächster sein und da kommt einmal aufstampfen einmal klatschen und dann natürlich der schnipser vor der nächsten strophe soll man das mal zusammen machen also nächster sein und das machen wir jetzt mal von vorne mit musik 1,2,1 jetzt ist unser ängstlicher patient an der reihe die tür öffnet sich und er betritt das arztzimmer was sagt er tag herr doktor und jetzt nur die letzte strophe einmal mit musik 1,2 und jetzt kommen alle fünf strofen von vorne dran mit musik 1,2,1 die dicke dritter sein Tür auf, einer raus, einer rein, zweiter Saal. Tür auf, einer raus, einer rein, nächster Saal. Tür auf, einer raus, selber rein, danke, Herr Doktor. Geht's auch mal schneller? Na gut, dann machen wir einmal alles von vorne schneller. Eins, zwei, drei, Tür auf, einer raus, einer rein, fütter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, fütter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, zweiter Saal. Tür auf, einer raus, einer rein, nächster Saal. Tür auf, einer raus, selber rein, danke, Herr Doktor. Tschüss. Tür auf, einer rein, finance geht's. Harald Die Produkte Untertitelung des ZDF, 2020